Ja, aber bei mir war es so, der Typ hat mich abgeknallt, zu mir gekommen, hat Waffen rausgeholt und dann ist er durchgezogen. Okay, warte kurz. Ey, Chat, habt ihr einen Clip von dem Polizisten vorhin, der meine Waffen abgezogen hat? Ja, das war ein Polizist oder Bundeswehr, ich weiß gar nicht, Polizist, glaube ich. Was? Ja, ja. Er ist gekommen, hat meine Waffe, also der ist gekommen, hat meine Waffen einfach durch den genommen. Habt ihr einen Clip, äh, Chat, von der Situation vorhin, dann kriege ich meine Waffen wieder. Am Ende. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, ich hab nur einen Clip, ich muss aber noch, äh, gucken. Ja, das Ding ist, man kann ja gerade keine Clips machen, ob die es... Ja, ja. Ja, ja. Ja, bei mir sollte das eigentlich jemand gucken und gleich haben schon. Warte. Ja. Achso, ich bin schon live, in der Rolle. Ja, von Vidi, dicker, äh, Chat. Ah, perfekt. Oh, nee. Meine WD geht, WD geht nicht, anscheinend braucht man einen Vpn für. Ja. Achso, hier. Hier ist ein Clip, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Clip ist. Ob das ein, ähm, aber ich weiß, ich kann ja nicht angucken, weil ich keine Vpn hab. Siehst du den bei mir, in Chat? Ja, deswegen Vpn. Ah, mein Alter. Digga, O-Pera, O-Pura, O-Pera, O-Yarak. Das ist die größte Scheiß-Plattform. Das ist die größte Scheiß-Browser dieser Welt, Alter. Diese Vpn funktioniert ein Scheiß-Dreck. Das lädt alle, äh, zwei Sekunden. Also, jetzt mal wirklich, ne? Jetzt mal auch nicht mehr so... Ui, ui, hallo, hallo! Mütet mal bitte. Hilfe, Alter. Äh, dieser, dieser Kitz, also, wie kann er noch auf dem Server spielen? Sag mal ehrlich. Bruder, er ist der größte Stream-Sniper auf diesem Server. Also, es gibt keinen größeren. Wenn wir über Stream-Sniper auch früher bei den Platz geredet haben, Kitz, also, Kitz ist der größte Stream-Sniper auf diesem Server überhaupt. Ah, perfekt. Ah, perfekt. Ach so, hat er mich reanimiert? Ach so, hat er mich reanimiert? Ist ja egal, aber, äh, könnt ihr ja danach denken, aber krieg ich meine Wachen jetzt wieder? Dann schreibt mal bitte, wenn ihr supporten mir, äh, in Klammern, Beschreibung, äh, braucht, äh, Karabiner, Taser, äh, Kampfpistole, habt ihr, was hat er mir noch abgezogen? Dann kommt ein Kampfpistole und schlagt. Und schlagt. Nee, das war's. Beschreibung? Nee, nee, bräuchte ich nicht mehr. Schreibt, welche Wachen denn mir abgenommen habe? Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Kuseng ist auch unten. Ruft den mal hier rein. Ich weiß nicht. Oh, guck mal rein, komm. Ruft den mal hier rein. Kann sein, dass er zu mir gehört. Der war beim Robby auch dabei. Ja, ja, jetzt geht es, Lama. Ja, ja, jetzt geht es, Lama. Ja, ja, jetzt geht es, Lama. Ja, aber Bruder, also, woher soll sie das wissen? Oder die anderen? Sie war doch auch, warte mal, war sie nicht tot? Sie war doch auch tot. Stimmt, sie wurde gesniped. Hm. Oh, nice. Oh, nice. Nee, ich weiß ja, du machst das nicht. Rapson, danke für deine zwei Monate. Okay, aber das ist jetzt Kuseng seine Sache, oder? Mit diesen Dings und so. Ich würde denen, ich würde denen gerne helfen. Beim Support. Dingsen. Ja? Ei, 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 shit. Ey, haben die dich festgenommen, einer, ob du da so Fake-Geise bist, oder was? Hä? Aber, Bro, das, also, Jungs, es ist doch offen, also, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, wir sind ja jetzt hier gerade im Support, wir sind alle unter uns und so. Es ist doch klar, dass, also, dass so viele Streamsniper in, 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 bei der Polizei und bei der Bundeswehr gibt. So, warum, warum? Ja, ja, normal, normal. Digga, die, ja, ihr könnt das, ihr könnt das nicht kontrollieren. Die Hustler sind komplette Streamsniper. Crips, ein bisschen weniger. Die, äh, alle Streamsniper, alle, alle. Das ist auf diesem Surfer so schlimm, Alter. Ja, ja. Digga, du weißt doch, du kannst doch nicht wissen. Du weißt ja nicht, dass er ist. Och, Digga, jetzt bin ich gestorben, Digga. Digga, wie bin ich da gestorben? Ich bin gerade ingame gestorben. Ich bin rum, runtergefallen. Hä? Halsbruch. Och, Digga. Mein Gott. Oh, Digga. Oh, Digga. Ah, Digga. Oh, Digga. Oh, Digga. Ey, Mann, Alter. Mio, danke für deine Service. Vielen Dank. Mio, danke für deine Service. Mio, danke für deine Service. Also was... Achso, wenn Loris gleich kommt, könnt ihr das dann Bescheid sagen? Dann mach ich einfach weiter. Also, dass ich mir meine Waffen geben soll. Ja, Bruder, ist echt... Digga, schreib mir mal nochmal. Ich hab echt hier keinen Bock zu warten. Was ist denn das? Es ist ja ein Support-Fall. Da muss man doch direkt in den Support. Wenn ich nicht direkt in den Support komme, dann werde ich gebannt. Dann sag, sie soll auch direkt in den Support kommen. Digga, sie soll einfach direkt jetzt kommen. Wir werden doch auch gebannt, wenn wir nicht direkt kommen. Hä? Ey, Jungs, die soll doch einfach direkt jetzt kommen. Wenn wir einen Support gerufen werden, dann müssen wir auch direkt kommen. Warum? Ja, ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. 24 stunden im durchschnitt ja ja seit zwei wochen bin ich live oder wie lange bin ich live äh ne 15 12 tage genau 2 2 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 19 20 20 20 Es ist Respekt, also nicht Dings, Medic-MP kann man anscheinend nicht abrechnen oder so. Okay, cool, aber, dicker, ich warte hier keine jetzt, keine 500 Jahre. Ist doch bodenlos. Guck mal, wenn wir nicht in Suppo... Ja, nice. Dicke. Ey, Mann. Dicke, es ist so bodenlos. Warum kann man den Medic-MP denn nicht abbrechen? Dicke. Dicke, ey, Jungs. Wir werden schon so... Warum... Was ist... Hä, Bruder. Ich verstehe gerade gar nichts. Warum warte ich hier 500 Jahre, Alter? Ja? Dicke, ich hänge die ganze Zeit, ich mache einfach gar nichts. Ich bin am Streamen so... Okay. Alles gut. Das müsst ihr nicht so respektieren, dass ich am Streamen und sowas... Macht ihr ja auch zum Beispiel... Aber ihr macht das ja. Dicke, ich warte doch nicht für irgendeinen Schwanz Medic-RP. Dicke, schreib ihm mal jetzt nochmal. Dicke, schreib ihm mal jetzt nochmal. Dicke, schreib ihm mal jetzt mal. Dicke, was für... Was für... Was für Medic? Das Leben, so ähnlich. Dicke, schreib ihm mal jetzt mal. Ja. Dicke, müssen wir jetzt hier Serverregeln noch erklären und sowas? Ich will einfach nur meine Waffen haben. Ey, mein Gott. Ich will einfach nur meine Waffen haben, Alter. Wenn es sogar in den Serverregeln steht, dann könntest du sogar Stress dafür kriegen. Dann gib einfach die Waffen und dann machen wir einfach Heide Yalla. Ich will ja nicht, dass irgendjemand gebannt wird. Ich will einfach meine scheiß Waffen. Nein. Bruder, das wurde immer bei mir gemacht, Mann. Dann kriege ich eigentlich... Dann kriege ich ein ganzes Waffenarsenal eigentlich zurück. Ja, kannst du machen. Bruder. Das wurde geändert. Das hat sogar ein Polizist extra gesagt. Ich weiß nicht, wo das ist. Müssen wir jetzt ja Toast und Dings holen oder so. Ey, ich will einfach streamen. Warte, hast du einen Call rausgegeben, dass... Ja, ich bin in den Support gekommen wegen meinen Waffen. Wegen diesen Cousin-Sachen bin ich nur da geblieben, weil Cousin das erste Mal im Support ist. Und ich ihm helfen wollte. Und... Hast du einen Call rausgegeben, dass die Waffen direkt abgezogen werden sollen? Ihr seid die Losten gewesen, weil die Verhandlung war, dass ein Fahrzeug hinterher fährt. Und dann habt ihr... Ah, okay. Ey. Aber... Wie war noch... War die Verhandlung nicht... Ja, dann kann ich doch... Okay, dann möchte ich ja noch einen Support-File melden. Dann kann ich ja noch einen Support-File melden, oder nicht? Und zwar das mit den Waffen jetzt. Und zwar, dass das Fail-RP war von ihr, dass sie gesagt hat, dass das Dings war. Und Fail-RP war auch, dass sie mit, äh, drei... Na ja, warte, es war noch mehr Fail-RP. Ja, warte. Es war noch mehr Dings, äh, und zwar war die Verhandlung, also, dass die Verhandlung war, dass, äh, nur ein Fahrzeug uns hinterher fährt, bis wir die Geisel rauslassen und, äh, das mit 300 Meter Abstand. Wir sind losgefahren. Fünf oder drei Autos sind uns hinterher gefahren. Und wir haben vorher gesagt, wenn ihr mit mehr Leuten hinterher fahrt, dann, äh, ist es Dings. Dann erschießen wir die Geisel. Die sind einfach mit mehreren Autos hinterher gefahren, haben das Leben der Geisel also nicht beschützt. Heißt, und das war in der Verhandlung, das heißt, das ist auch für LRP, weil die das Leben der Geisel nicht geschützt haben, oder nicht? Ja, das ist bodenloses AP. Ja, dann möchte ich das jetzt auch klären. Dann muss ich wieder in Support. Hey. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ich schwöre. Ja, ja. Aber vor allen Dingen, wir sind auch lieb geblieben, obwohl wir warten mussten, ne? Dicker, welcher Schwanz schießt denn auf mich? Hallo? Dicker, warum schießt der auf mich? Bist du... Hallo? Was machen die? Dicker! Ich bin im Support, ihr Hundesöhne! Mach meine Handfesseln ab, Alter! Was ist denn los mit euch, die Idioten? Jalla! Schwanz! Und was? Hör ich, renn weg! Ich bin im Support, Alter! Ey, wie kann man so therapieren? Hilfe! Was für ein anderer Kollege? Ich bin im Support! Ich hab nicht mal was gemacht! Ich hab nicht mein Endgame-Dings offen! Mach mal meine Handschessen jetzt hier ab! Ja! Mein Gott! Dicker, ich bin die ganze Zeit random hier rumgelaufen, aber ich bin im Support! Mein Gott! Mach mal ab hier! Wie, warum denn? Weil ich im Supporting und nämlich wir Dingsen! Mein Gott! Grabieren die mich! Okay, ich kann das Dings rausmachen! Schießen die auf mich, Alter! Die Binaten! Hä? Ohne Sinn! Hä? Hä? Ich kann sie mal ohne raus machen. Digga, vor allen Dingen, was haben die sich denn gedacht? Bleib doch mal stehen, Digga, was ist denn los? Warum rennst du denn weg? Hä? Was hä? Komm mal her, komm mal her, ich rede mit dir offen, komm mal her. So, mein Stream ist links an, ne? Also, warte ich müde mal. Ich bin im Support gewesen und bin einfach nur rumgelaufen. Random. Hä? Wie, wer bin ich? Ja, weil ich hier reingeschnell gemoved bin, weil ihr auf mich geschossen habt. Wir können es gerne bezeugen. Soll ich jetzt wieder den... Ja, weil ich im Support war. Ja, aber wenn ihr schon wisst, ich hab doch auch gar nicht geredet. Dann müsst ihr doch wissen. Und ich hab dir, bevor ihr mir Handwissen angelegt habt, hab ich ihnen die Luft gezeigt, so. Da weiß man doch, dass man im Support ist. Nee, nee. Okay, alles gut. Okay, dann tschüss. Macht ihr euer Ding weiter, Jungs. Yalla. Dicke. 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 Der Typ weiß, was er sagt und wie er redet und was. Der hat einfach gerade sie so argumentativ auseinandergenommen. So dass sie sogar den Support verlassen hat, weil sie keinen Bock mehr hatte. Ja, ja, Cousin Digga, was macht Dave hier? Warum hast du geflogen, Leute? Meine Waffen werden mir zurückgegeben, haben die da, Dingsen? Nix hat sich geklärt, die ist aus dem Support rausgegangen. Du bist drei Pusher und du machst nichts, Mann, nichts. Yo. Yo, serva, so, sir. Ich war super, ich musste Pablito aus Suppe, kriegen Waffen zurück. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe Pablito gesagt, dass er seine Waffe zurückkommt. Man muss, man muss, Medic muss vorher, Medic muss erst abchicken. Nein, nein, nein. Es ist so, wenn die Polizei sozusagen, die Polizei kann sozusagen auch so tun, als ob sie dich reanimieren. Und dann geben sie dir nachher die Waffen wieder, weißt du? Aber der hat gar nichts gemacht. Ja, aber normalerweise ist es ja so, wenn jetzt der Medic kommt und dich versucht zu reanimieren und du bist tot, dann darf die Polizei die Waffen wegnehmen. Aber wenn gar kein Medic da ist, kann die Polizei die Waffen nicht wegnehmen. Keine Ahnung. Ey, weißt du was? Das war sogar ein Call von Lörris, dass sie direkt die Waffen abnehmen sollen, ne? Ja, und genau. Und ich hoffe, dass... Was habt ihr in der Suppe gesagt? Äh, die ist... Dann hat sie die Suppe verlassen. Einfach. Einmal weggegangen. Und jetzt... 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 Und jetzt redet, äh... Ein Typ mit, äh... Herr Toast später. Über... Über das Fehlverhalten. Über das Fehlverhalten. Über das Fehlverhalten. Sehr, sehr gut, Sosa. Sehr, sehr gut, Sosa. Weißt du, was es heißt? Was? Es ist Schmutz wie Toilette untergespielt. Und was unten ist, kommt nicht mehr hoch. Das sage ich nicht, Sosa. Ja, ganz genau. Jetzt komm in die Hut, du misker. Ja, ich bin hier. Hallo, was geht? Warte kurz. Kurz zu Kopf. Was geht, Mann? Was geht, Ops, Sosa? Volle, das kriegt den Arsch, wer soll. Volle, das kriegt den Arsch, wer soll. Wieso? Was ist das hier überhaupt? Wieso denn? Wieso, Sosa? Ach, Digger, wieso hat der vorne nicht gerisst? Wieso? Wolltest du dir erklären, wieso? Der war im Kopf. Der war kurz in der Suppe. Ah, das müssen wir mal gucken, wenn's fertig ist. Ach so, aber von... Kriegt sie von oben... Ja, ja, ja. Ekelabschu, Ekelabschu, Ekelabschu. Ekelabschu. Guck mal, Alter. Soll ich mir hier? Ich hab mal ne Frage. Yeah! Ich glaub, die wird gerade gefehlt jetzt. Kannst du... Ey, Publito, du konntest dir deine Dings wiederholen, deine Woche nachher? Ja. Kannst du erklären, was du gesagt hast? Kann ich meine Waffe auch wiederholen? Kann ich meine Waffe auch wiederholen? Kann ich meine Waffe auch wiederholen? Mach mal alle Ohrschleppse rein, ich erklär's... Am besten. Ja, Jungs, mach mal eine Gruppe. Ja, alle Ohrschleppse rein, ich erklär's. Eine Minute, okay? Okay, ich hab... Okay, die Uhr denkt... Also, sie ist zu Bord gekommen, weil sie gesagt hat, dass Cousin eine Fake-Geisel ist. Obwohl sie das nicht wissen konnte. Dann hat sie gesagt, ja, das ist ein Verdacht gewesen, weil er immer mit dem Blatt zusammengechattert hat. Meine Gesellschaft, nioh. Ah, egal. Timo kommt kurz jetzt. Ich muss wieder raus. Äh, ich muss das nochmal jetzt. Aufschöpfe ich wieder raus. Loser, kommst du mit Waffen abholen? Ähm, wo wird die Waffen abholen? Ja, ihr habt meine... Ich glaub, Pablito und Frank fahren ihre Waffen, ne? Kann man eh nix zu tun, kann ein bisschen rumfahren. Ja, komm, es heißt... Einsteigen, einsteigen. Warte, aber bitte. Hey, Jungs, ich geh schlafen, glaub ich. Alles klar. Hau rein, hör danach. Äh, Frank, steig rein. Wie kann man innerhalb von zwei Sekunden so schnell in den Kopf gehen? Das kann nur Frank und Sosa, die kleinen. Ja, ja, ja. Sosa ist, glaub ich, sowieso, äh... Aber was erwartest du nach zwei Wochen? Weißt du, nach zwei Wochen GoPro, was erwartest du? Frank, ja, alles das. Mann, fahr doch, die haben doch, wie gesagt, nicht in Waffen holen. Ja, der will doch auch seine Waffe holen. Ja. Frank! Ja, und warum brauchen wir es, Frank? Weil ich ihn mitnehme. Haben wir, äh... Wir haben wir gerade besprochen. Ah, wir haben gerade besprochen, dass er alle mal... Ja, aber dein Gehirn ist halt wieder... Ja, nehmt sie weiter... Sorry, wenn sieben in Sommeln, sieben in Sommeln am Stück hier bin. Ah, ah, ah! Was ist denn mit dem Wichser eigentlich? Wer ist denn das? Hau obs und... Du bist weg vom Fenster. Das... Wir... Wir Fensterputzer. Verdammte Geringverdiener. Bronk! Was macht ihr? Bronk! Wir wollen deine Waffe holen. Ich hab... Ich hab meine Waffe gerade gekriegt. Wie? Soll ich mal TS leiser machen? Ja, wir brauchen Frank. Wir brauchen die Waffe. Der ist jetzt... Frank und Tyrese sind jetzt auch gerade die Waffe holen. Ähm... Frank, die Suppe! Ja, ja. Gedacht, man muss jetzt zum BDi oder sowas. So. Ich hab gesagt, dass... Warte, ich mach mal hier diesen... Allgemeinen Dingshaut mal leiser. Oh, mein Headset... Ah! 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 Ja, oh Mann! Ja. So. So. Ähm... Ich hab gesagt, dass wir uns... Dass wir gerade besprochen haben... Dass wir uns alle... Einmal privat... Hins... Ähm... Hinsetzen mit Sparta und mit dem mal über diese Situation hier reden. Über alles. Digga Cousin. Er ist in Support gekommen. Und äh... Die war einfach... Trigger, dass er mit Cousin Stimme geredet hat. Er... Er... Er redet ja die ganze Zeit in Cousin Stimme. Also... Er... Er... Er ist in Support gekommen. Er hat mit Cousin Stimme geredet. Er sagte so... Ja, du kannst doch normal reden. Er sagt so... Nee, ich kann so reden wie ich will. Ich äh... War immer im Bild n� is Funk. Ach so, dann geht es um zu klären. Ja, Jungs. Ähh... Los, habt der Information. Bis in Seine Ausnummer. noch, 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 und hier links hier, stopp, links ja, hier, stimmt, 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 ja meine will er mal gesehen, wie viel kostet deine hier? meine, was die jetzt kostet 40 Millionen was die hier? Digga, dann muss doch meine, hä, warte mal, guck mal meine was kostet denn, was haben deine gekostet, was er? mach mal deine Markierung weg warte Digga, dann kostet meine doch viel mehr wie kostet denn, na gut, er hat der Pool hinten oh ja, ich habe noch einen größeren, glaube ich ach, du hast einen Pool sogar ja, ja warte, hier oder, ich habe, hä da muss meine eigentlich mehr kosten oder, Chat? das ist nicht was, was du da dir geholt hast Digga, schau dir das mal an das ist schon krass, aber ja, freilich okay, jetzt fahr mal zusammen fahr mal, fahr mal hier, da vorne was kommt der Ries sein Haus ist in der Cripshut Ries, viel Glück, viel Spaß und Krankenhausgleich nein, meine ich direkt hier, bei euch neben der Rot öh, was? wie viel Schwänze musstest du lutschen? ich habe wirklich schon aus dem Rumpf und Kausland raten ab, aber wie viel ist man auswerten, das frage ich mich was hast du, was, was kostet es denn in Raten, wie viel, also, was kostet, musst du ins Gesambezahlen? 25, hab ich gekauft 25 Millionen hast du das Haus mal gesehen, das muss 50 wert sein, wenn deins 40 ist, muss das 50, 60 sein ich kann ihn nicht aufmachen, weil Startklemmt ja, das ist das ist gar nicht seins, Frau Mujo, der lügt immer der lügt nur, das ist nicht seins also, das ist dein Haus, du kannst, hast aber kein Schlüssel ja, das geht nicht, weil Startklemmt so, es geht nur bei Sosa, der muss in sein ja, aber guck mal, sag mal ehrlich, das kostet dann noch mehr, oder nicht? ist das ehrlich dein Haus? mein Gott, soll ich reingehen? laber mich nicht, soll ich rein? ich will sehen, hier rein der sieht geil aus ey, glaub mir nicht hier rein der muss in sein eigenes Haus einbrechen, na? ey, glaub mir nicht laber mich doch nicht voll sag doch wieso, hat denn so jemand wie du so ein Haus? weiß nicht, aber wie viel ist das Ding wert? 60, 70 echt jetzt? ja ey, wo es 1,20 ist, das ist ja doppelt so viel wo man das was außen ist 40? ja muss es ja 60 sein, mindestens ja hä, sicher bro, du musst es so sehen ich hab meins für 7 Millionen gekauft aber es gibt keine Häuser und Häuser in guten Gegenden große Häuser ich hab auch innen also mein Haus ist ja sehr groß und das hier ist ja nochmal doppelt so groß, bro ja, ich hab eine untere Etage, guck mal ja, ja, ich auch hier guck mal, was bist du denn für ein verdammter Flexer? hier krass oh mein Gott ja, das ist mein Haus heftig jetzt hast du dicke Eier gekriegt, ha? hä, ja, aber ich frag mich, wie viel ich die verkaufen kann hier ja, gar keinen, wenn du nicht mal einen Flüssel hast für dein eigenes Haus ja, aber, kann ich auf, äh, kann ich das irgendwo raufstellen, das Haus? ne, ne, es muss privat verkaufen ey, was ne Scheiße was du da? oder bist du beim Schatzgefängnis? kann ich bei, vielleicht bei Twitter schreiben? äh was ist los? wir können auch, ich hab ne Idee Bablito ist beim Schatzgefängnis, als er sich in dein Haus gegangen ist er hat einmal quer über den Start geklatscht echt jetzt? ich hab ne Idee ich kann dir ein Haus brauchst du ja eh ja ich hab noch ein kleineres Haus ich hab ja zwei Häuser und dann kaufst du das hier ab, oder was? und dann kaufe ich dir das hier noch ab ja, lass machen bin ich direkt dabei warte mal du kommst das, das kleine ja ich will dir hier was was ist los, Bablito? ich fick dein Haus was ist denn los? äh, sorgt ihm, dass er wieder hier ist, wenn wir durch die Tür gehen ne, ist er nicht okay wir kommen wahrscheinlich jetzt ich glaub schon Mujo, zeig mal dein Kleines lass mal da hin ja was ist los? ich bin durch dein Seißboden gefallen, verdammte Seiß und bin jetzt SG auf einmal, verdammte Seißse bist du noch im Staatsgefängnis? nicht drinnen, aber davor ist sicher Standort, könnt ihr mich bitte abholen? ja ja, ich komme ich komm nie wieder zu dir, verdammte Seißse tut mir leid ja, alles gut ich schick Standort ja dicker, er ist einfach durch er ist einfach durchs Haus gebackt und im kranken Dings äh oh nein, ich kann dich verlassen ey, Sepp, bist du noch im Funk? ist noch jemand im Funk? hallo? Sepp ja, so sehr ich kann das Haus nicht verlassen weil Pablito noch angemeldet ist hier ist im Haus äh ich glaub äh Pablito muss ein Powernap machen ja, ja sag mal Pablito er muss Powernap ja, ja ich sag ihm ich sag ihm okay okay